Hallo, wir sind bei QVC. Wir sind das Extrem-Duo von QVC und wir werben für QVC. In der heutigen Sendung, Afraid, habe ich für dich... Ja, ein Mensch mit Haut. Klebeband. Klebeband. Ich kann kein ganz normales Klebeband, sondern Klebeband von Tesa. Kühle! Tesa. 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 Richtig. What the... Dieses Klebeband ist so toll. Ich werde dir da glatt mal beweisen, wie cool dieses Klebeband ist. Ist das nicht sogar doppelseitiges Klebeband? Oh ja, Mann, das ist doppelseitiges Klebeband und dieses doppelseitige Klebeband kann überall verwendet werden. In der Küche, kommt mal mit. Ähm, wie bei Frau Unton. In der Küche kann man es ganz einfach auf die Spüle kleben. Boah, das ist wirklich unglaublich. Schau, man kann es auch ganz leicht wieder abmachen und an die Kühltruhe kleben. Wow, wirklich, wirklich. Also, Ananas? Will jemand dener Ananas? Das ist eine Ananas. Das ist eine Ananas. Eine Ananas. Eine Ananas. Eine Ananas. Eine Ananas. Und wenn man genug hat vom lästigen Licht- und an- und ausmachen am Schalter, dann zeig ich euch mal was gemacht. Richtig. Und ähm... Man kann es auf den Tür-Dingsbums kleben. Wahnsinn. Wir kleben es noch einmal auf den Lichtschalter. Und dann machen wir den... Luft-Rut-Luft-Dings. Verdammt. Und wir hätten ein doppelseitiges Klebeband und wir hätten den Effekt live vorgeführt. Leider haben wir leider ein kleines technischen Problem. Aber weiter geht's. Was können wir mit doppelseitigem Klebeband noch machen? Klebeband noch machen. Ist das komisch? Ja. Nein. Nein. Ich bin eine Frau. Fernsehen, aber nicht aus dem Film. Nein, du bist Klaus. Filmst du meine Brüste? Nee. Achso, stimmt. Filmst du meine Brüste? Klar, Brüste. Brüste. Tesa. 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 Ananas. Will jemand, der einer Ananas ist? Zache ich, Ananas. Will jemand, der einer Ananas ist? Ananas? Will jemand deine Ananas? Wir können mit dem doppelseitigen Klebeband diese zwei Türknaufe ananatte Klebe! Oh mein Gott! Ja, ich weiß, das ist extrem beeindruckend, weil diese doppelseitigen Tür- oder diese Türknaufe halt nicht zu beieinander gehören! Ich hab mein Zettelfall noch nie, bis es aber weg bin. Ja, aber wer bin ich denn? Aus! Du bist Karkowski, dein Mann! Stefan ist die Olivia Jones unserer Klasse! Lass ihn nicht hören! Was kann man doch mit doppelseitigem Klebeband machen? Ich werde es euch demonstrieren! Man kann mit doppelseitigem Klebeband dieses USB-Sticker-Ende und diese Ablage mit dem doppelseitigen Klebeband zueinander verbinden! Wow, das ist wirklich unglaublich! Ja, das ist so unglaublich, dass ich sie euch glatt demonstrieren werde! Passt auf! Oh mein Gott! Du hast es sogar auf den Teufels geklickt! Oh mein Gott! Ist das nicht unglaublich? Ist das unglaublich? Ich glaube, ihr wisst, was ihr machen müsst! Denn dieses Produkt ist unglaublich! Was ist es? Unglaublich! Und ich sage es noch einmal! Dieses Produkt ist... Richtig! Gimm wieder! Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Oh mein Gott! Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Oh mein Gott! Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Oh mein Gott! Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Wie am Appalance! Was kann man mit doppelseitigem Klebeband noch alles machen? Weißt du es? Ey, ich weiß es nicht, John! Aber ich werde es denn jetzt in diesem Moment motivieren! Seht ihr das? Das ist doch wirklich nervend! Es kann runterfallen! Und immer wieder runterfallen! Doch was machen wir mit doppelseitigem Klebeband? Hier die Antik Telleralk cooling ist doppelseitigfest! Ja richtig, ich wollte mir einfach mal wegziehen!" Eriken hier war ich zum Vorbilden, um diese doppelseitige Klebeband wurde abzureißen! Ja men, ist das nicht unglaublich? Was ist unglaublich? Really? Und ich sage euch noch einmal, dieses Produkt isst? Really? Und ich sage euch noch einmal, dieses Produkt ist... Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Oh mein Gott! Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Oh mein Gott! Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Oh mein Gott! Ananas will jemand, der ne Ananas meint? Oh mein Gott! Ananas? Wird jemand, der eine Ananas hat? Ananas? Wird jemand, der eine Ananas hat? Ananas? Wird jemand, der eine Ananas hat? Das ist so unglaublich. Nur mal. Aber süß war er ja.